Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Max Payne Teil 3. Wir sind wieder in Sao Paulo und wollen jetzt natürlich den Tod rächen von Fabiana und müssen Giovanna und den anderen Kerl noch retten, den Bruder. Das Problem ist, dass hier überall diese Militärpolizei ist, dieses kauften Söldner. Hups, hier gab es noch was anzugucken, ne, nur eine Pistole. Oh, schnelle Deckung. Ne, ich seh nichts, ist da einer. Jetzt bin ich da nachher raus, ne? Ne, nur eine weggeknallt auf wem? Ne, aus der Deckung. Ich seh nichts. Okay, die können wir nachladen. Wir nehmen wieder die. Raus hier. Handgranate, ei 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 ei. Das Kerl. Zeig dich nochmal. Okay, jetzt kommt doch Flugrauber Action. Ich glaube ich war der Verkauf mit der Verkaufel. Ich habe die Verkaufel. Ich glaube ich war der Verkaufel. Ich bin immer wieder am Lüge. Ich bin immer wieder am Lüge und bin immer noch so glücklich. Das ist, was die Verkaufel ist. Das ist toll. Vielleicht dachte ich, dass ich es nicht verdient habe. Scheiße, die haben die noch erwischt? Der Kerl. Der Kerl. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Let's go! Let's go! Let's go! Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Okay, wholang? I think I came from above, right? I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgement on proper police procedure and justifiable use of force? Look at the floor! Look at this bitch here! Bring this bitch here! This bitch is out of hell. Who's ever caught? He's a good knife! I'm a good guy! I'll kill him! Okay, I don't care about any of my strong guns. I don't care about other guns, you guys. Man, there's a tire. You need a force. Let's go! I'm not sure you can't get here! Come on! Come on, too! Let's go! Look! Ah, sehr schön, sehr schön, aber wenigstens haben wir die Muni behalten. Hier im Nahkampf ist er wahrscheinlich besser mit der Usi. Autsch. Wer war das, der oberen oder der untere? Der da, ne? Okay, das hat mich eine ganze Energie gekostet. So ein vermedeiter Mist. Also wir ballern jetzt wieder hier mit. Okay, jetzt nicht lang. Das war's. Ich bin nicht sicher. Weis, wir haben. Das war's. Das war's. Ich bin nicht mehr, oder? Ich habe mich nicht mehr geholfen. Ich habe mich nicht mehr geholfen. Ich habe mir gedacht, dass ich sie folgen habe. Ich bin verloren, und sie sind zu gehen. Und es war das größte, dass ich ein Plan war. Wo sie sie entstanden haben? Sie haben Marcelo und Giovanna? Ist das nur eine gewisse Favela-Favela-Favela? Wenn alles in Ordnung ist, ist die Frage, ich denke, deine einzige Option ist mit deinem Geist. Und mein Geist sagte mir, dass diese Band of Merry Men würde mich mit ein paar Antworten geben. Antworten, die ich bald nicht bekommen hätte. Was war hier? Sie sahen wie die gleiche Paramilitarien aus dem Stadion und Angriff. Was fühlte sich falsch. In Wahrheit, alles fühlte sich falsch. Wenn die Leute zu sein, die Party zu sein, dann wäre es sicher, dass es nicht in eine Pinata und eine Karte zu machen. Was ist das? Die Vigilante, mit den Vigilanten? Sie waren die Leute? Was ist das? Das macht nichts zu viel Sinn. Diese beiden waren sehr schwer. Einer war eine Band von Hörer-Killern. Und die anderen mussten die Frieden halten. Sie waren die Verhandlungen. Jetzt musste ich Giovanna und Marcelo finden. Ich habe ohne einen besseren Plan und dachte, ich hätte besser diesen Bastard folgen. Wir foltern ihn. Wir brauchen ein paar Informationen. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal, Schauen Sie mal, du verbreitest. Hier war Giovanna und Marcelo. Was über die Hölle waren sie mit ihm zu tun? Tja, für den ist es auf jeden Fall zu spät. Gringo tritt jetzt den Arsch. Aua, uuuh, da muss ich wohl etwas schneller sein. Einmal ne falsche Taste drückst, ist direkt zu Ende. Bringt auch nichts an die Richtige noch hinterher zu drücken. Ah so. Tja, für den ist alle hilfst zu spät. Tja, für den ist alle hilf zu spät. Warum haben sie das gemacht, Marcelo? Es ist eine legendarische Gang-Gang-Wahre zu töten Menschen. Das ist kein normaler Street-Gang. Ich denke, sie wollen die Leute denken, sie sind sie. Sie können die Menschen, die Menschen, die sie verabschieden. Hör! Wer hat das? Er hat einen Amerikaner. Er hat einen? Er hat einen? Er hat einen Verabschieden, um zu dem Todes. Er hat einen Amerikaner. Das ist ein Verabschied. Mann! Er hat ihn! Er hat ihn! Ich werde ihn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kapitel C Tja, wird er auch so offen mit der Gnarre rumrennen? Komm, 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 komm Okay Let's go I guess this is it No, keep going That's a girl Here, come on This way In here Let's try to stay calm, right? I know this is fucked up I'm pretty calm I'm also pregnant Oh, oh You gotta be shit me Me and Raoul Passos you call him We just want to live somewhere Away from this shit I understand I wanted that too Long time ago What happened? Just didn't work out that way Sorry to hear that Maybe things will be different For you two, I mean Passos is a lucky guy I don't think these guys are here for your baby shower Get down, stay out of sight Okay Pistol hammer A bit more Shag Bicep Bicep Mane Bicep 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 Ich brauche weiter! Ich brauche die Waffe! Ich brauche die Waffe! Ich brauche die Waffe! Du bist das Kind, alter! Ich brauche sie die Waffe! Ich brauche sie jetzt! Geh runter! Geh runter! Oh Gott! Calma jetzt! Bist du aus deiner Meinung? Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Wir können uns töten! Jevás, warte da! Ich werde bald hier sein. Es wird bald sein, wenn wir hier bleiben. Wir müssen gehen! Geh, geh, geh! Ah, ich hab's! Oh Gott, ist die beknackt. Hey, geh, 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 geh! Ah, ich muss die schnell down bringen, sonst hätten die die noch abgeknallt. So, jetzt brauchen wir erstmal eine bessere Waffe. Eine Shotgun. Eine U7. Sehr schön. Einmal Pillen nehmen. Und nochmal alle Waffen abchecken. Muni, 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 Muni. Ja, ja. Ich komm ja schon. Okay, machen wir hier nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin...